Freunde, die ich wiederholt euch mit dem Fotogl-Gl-Gl-Gl-Gl-Gl-Gl. Nochmal neu. Haken muss dran und dann wieder nie wie... Aber so lange möchte ich es nicht noch auf jeden Fall... Also wirklich. Also wirklich. Schöner Autik. Bevor wir das aber machen können, müssen wir erstmal... Ach ja. Ne, nochmal. Ja, aber wirklich? Ja. Okay, alles klar. So, jetzt hab ich mir im Gesicht gekratzt, ne? Ne, warte mal, aber das brauchen wir eigentlich alles gar nicht. Jetzt war alles noch... Wie ihr sehen könnt, hab ich mir mit der Hinterachse massiv Mühe gegeben. Schönes Outro. Ne, schönes Outtake. Wir haben Nachbarn und die quietschen so vor sich hin. Wir probieren die ganze Zeit zu drehen. Klappt nicht. Eins, zwei... Nein. Wir probieren es noch mal.